hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing die goodie box ist da und die verpackung sieht auf jeden fall schon mal richtig krass aus open explore enjoy und die duftet mega gut das auf jeden fall schon mal ist relativ schwer mal gucken was drin ist ich möchte das video auch gar nicht so lange halten schau mal einfach mal schnell rein weil ich muss auch gleich los hier ist auf jeden fall schon mal eine beschreibung für gesichts yoga na dann die open box okay irgendwie sieht das bei mir immer so wild aus und der sticker ist immer runtergerutscht aber macht nichts aber wo ist denn hier hier ist der code für mein digitales leaflet ja komm schon das hüpft so ich hab's schau mal mal ich habe das jetzt einfach mal so gemacht hier hier kommt was raus ein gutschein von müller dein exklusives geschenk ein rabatt code ja gut die open box es ist zeit für mich los geht's okay erstes produkt ist von tromburg dieses hier ja verpackung ist jetzt sehr schlicht gehalten lip cure instant help for soft smooth and healthy lips ja wissen wir jetzt bescheid trockene lippen sind ganz normal und ihre behandlung sollte es auch sein kostet 23 euro ich habe dafür jetzt ehrlich gesagt keine verwendung ich habe super viel lippen produkte da und dann mit so einer so ein tubenteil ist nicht ganz so meins ist natürlich super hochwertig und teuer aber ist jetzt nicht so das was ich bevorzuge aber kann natürlich trotzdem ganz gut sein ich hoffe es wird noch gleich besser nächstes produkt ist von von was ist das australian body care dot com kenne ich jetzt gar nicht klingt auf jeden fall erst mal interessant scalp serum tea tree oil ist das für die kopfhaut oder was kopfhaut serum für schuppen trockene und juckende kopfhaut gegen schuppen oder sagt man nicht gegen schuppen schuppen wollte ich jetzt keine wenn das produkt in die augen gelangt mit wasser ausspülen kostet 14 euro 99 das serum enthält 100 prozent natürliches teebaumöl und hilft gegen schuppen sowie trockene juckende kopfhaut also doch gegen schuppen ja 30 minuten muss das einwirken und dann muss man das dann aus waschen steht da jetzt nicht ich weiß nicht ich glaube das ist nichts für mich an sich ist es bestimmt nicht schlecht aber ich denke ich würde das nicht anwenden ich glaube ich werde da irgendwie zu faul und ich weiß jetzt auch nicht ob man das aus waschen soll weil da steht 30 minuten einwirken also muss man es auch aus waschen oder schreibt es mir mal gerne ich glaube das würde ich verlosen ich weiß dass das mehr rumliegen würde bei mir nächstes produkt bis jetzt ungefähr noch nicht so der brüller oh gott was ist das marie stella maris body scrub das ist was für mich body scrub mag ich kostet 15 euro 75 milliliter ja auch eine schlichte verpackung aber ein bisschen schöner wie das hier das ist so und ja einfach nur so ein normales plastik mit so einem aufkleberchen drauf ja sieht aus wie selbst gemacht ist aber okay das gefällt mir besser ist zwar auch schlicht aber irgendwie mag ich die verpackung hier besser das ist so ein bisschen bisschen satiniert nummer 12 green tea citrus und irgendwas anderes das ist offen ich schnuppe da mal dran das riecht richtig gut das ist das auch wonach die box riecht das riecht richtig gut das ist auf jeden fall schon mal ein produkt was mir gut gefällt gott sei dank weil das ist schon ein bisschen ich sehe ja auch noch die anderen produkte schon instant radiance concealer von model co sieht man was jo in der farbe luminous sand okay finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut ist so eine kleine tube wieso nicht finde ich jetzt nicht so schlecht werde ich auf jeden fall ausprobieren ich könnte mir vorstellen dass die farbe passt ja radiance concealer ist nicht schlecht 22 euro und ja mit den zwei produkten hat sich für mich ehrlich gesagt dann schon gelohnt mit der box ist okay weil ich zeige euch gleich mal die anderen produkte das hier ist das andere produkt was noch mit drin ist von mavis wo es auch den rabattcode hier jetzt gab whitening mint zahnpasta ich persönlich mag das nicht so gerne wenn in den beauty boxen zahnpasta drin ist natürlich hat das auch was mit dem thema zu tun gehört auch dazu aber zahnpasta kaufe ich mir dann schon selbst also ja die verpackung ist auf jeden fall sehr sehr schön sieht so ein bisschen old school aus so ein bisschen barbershop mäßig finde ich jetzt nicht so schlecht aber ich persönlich verwende keine whitening zahnpastas weil meine zähne sowieso schon super empfindlich sind und ähm dann möchte ich das eigentlich nicht weil dann werden die noch empfindlicher leider auch nichts für mich kostet ähm 5 euro 50 ja schade schokolade und das letzte produkt ist das hier das kenne ich bereits das ist nämlich ein trockenshampoo und zwar von rose avenue glamorous voluminizing dry shampoo ich kann heute gar nicht mehr sprechen das hier ist der sprühkopf und das war schon mal in der box das habe ich auch ausprobiert und das war für mich persönlich leider nichts ähm ja deswegen würde ich das auch nicht behalten das kostet 27 euro also auch super teuer die box hat natürlich einen extrem hohen wert das ist ja super aber das produkt war eben schon mal drin und ist halt nichts für mich und tatsächlich waren jetzt von sechs produkten nur zwei produkte was für mich das ist jetzt halt eben nicht so eine mega gute ausbeute vom preislichen her hat sich trotzdem noch für mich gelohnt deswegen bin ich da jetzt auch nicht sauer ist halt schade weil es eben nur zwei produkte diesen monat sind die mir gut gefallen aber nichtsdestotrotz kann ich dann diese produkte hier verwenden und mal an euch verlosen ich habe auch schon ein bisschen was gesammelt für eine verlosung und deswegen da mache ich es noch mit dazu und dann reicht das insgesamt schon für eine box weil meine freundin mir auch ein paar sachen geschickt hat die ich verlosen kann an euch die sie aus den boxen hat und nicht gebrauchen kann und dann habe ich eine verlosung wieder gefüllt das ist ja sehr gut aber für mich persönlich ist es jetzt ein bisschen schade und die box war jetzt nichts für mich finde ich ich fand es eher ein flop die box an sich sieht schön aus hier innen drin ist die noch mal bedruckt das gefällt mir da war der akku leer aber wir sind ja auch gleich fertig ja wie gesagt für mich persönlich war die box jetzt eher ein flop leider vom preis her gesehen bin ich immer noch okay ist in ordnung aber wäre schöner gewesen wenn für mich persönlich jetzt mehr dabei gewesen wäre deswegen diesen monat eher daumen runter aber ja es kann eben nicht jeden monat passen von daher ist es halt mal so ja schreibt mir gerne mal in die kommentare wie ihr die box so fandet und ob ihr das auch schon mal drin hattet ja würde mich interessieren das war es jetzt mit dem unboxing genau sind wir jetzt ein bisschen schneller durchgekommen aber ist auch nicht verkehrt bei dem wetter und genau das war es ich wünsche euch einen wunderschönen tag macht's gut tschüss